Ein Pokalfinale, immer ein besonderes Spiel, mit vielen Emotionen verbunden. Heute wird das sportliche aber nebensächlich bleiben, dazu später mehr. Die TS Oberroden empfängt die Offenbacher Kickers im U19-Hessen-Pokalfinale in Dieburg. Beste Voraussetzung bei sommerlichen 28 Grad. Schiedsrichter der Partie Christian Vogel, er wird unterstützt von Dennis Weber und Nils Irich. Die Jungs der Turnerschaft haben letztes Wochenende den Aufstieg in die Hessenliga perfekt gemacht. Die äußerst erfolgreiche Saison könnte gekrönt werden mit dem Pokalsieg gegen den UFC, der aber Favorit ist. Das Team von Trainer Robin Trabert ist noch Bundesligist, auch wenn man absteigen wird. Zuschauer mit bis zu vier Beinen sind zugelassen. Wir steigen ein mit den Offenbachern in Weißroth von links nach rechts. Von Hagen bleibt am Ball Mezanovic. Gut freigespielt sieht Daniel Starodit 0 zu 1 für Offenbach gerade nach zwei Minuten. Der Traumeinstand. Er mit drei Toren in der Bundesliga hat hier den Riecher, profitiert vom Missverständnis zwischen Henkelmann und Torwart Kouisioglu, macht den frühen Treffer. Der UFC setzt direkt nach. Mezanovic gegen Schierenberg. Und Schiri Vogel entscheidet nicht auf Elfmeter. Es gab schon für deutlich weniger einen Strafstoß. Glück für die TS Oberroten. Offenbach bleibt aber weiter dran. Suisin gegen Henkelmann. Und jetzt zeigt Vogel auf den Punkt. Es gibt Mahmoudi gegen Kouisioglu. Soverein verwandelt. Offenbach führt nach neun Minuten mit 0 zu 2. Leon Mahmoudi, sein Treffer, doppelt bitter für die TS Oberroten, die jetzt auch noch in Unterzahl weitermachen muss. Und die Offenbacher ohnehin schon sehr dominant. Die nächste Chance nach einer Ecke durch Mezanovic. Diesmal reicht es aber nicht für einen Treffer. Put. Platz im Mittelfeld. Mezanovic technisch elegant auf Staudit. Und der sieht in der Mitte. 0 zu 3 für Offenbach nach 15 gespielten Minuten. Alle fünf Minuten trifft ein Offenbacher das Tor. Diesmal ist es der Deutsch-Kroate Rocco Mwehe, der seit 2015 in Offenbach in der Jugend unterwegs ist und den Ball hier clever mit der Innenseite platziert. Die TS kommt jetzt auch mal nach vorne mit Savas und Czernove Sanin, der sich da gut durchsetzt, noch abgeblockt wird. Es gibt aber noch die Chance für Luka Zerfas, der aber direkt in die Arme von Keeper Stritter. Der noch Verbandsliges tut sich sehr schwer gegen die Offenbacher mit Mezanovic. Starodit, Mahmoudi getippt in die Mitte. Und so ist ihn. 0 zu 4. Nach 23 Minuten. Serjan, Suezin mit einem tollen Tor, dreht sich vom Verteidiger weg und am Ende geht es sogar noch durch die Beine von Koeziopi. Immerhin, die Zuschauer bekommen einiges präsentiert in diesem Finale. Mahmoudi, Daou mit dem Hackenpass für Mezanovic. Er hat inzwischen wirklich einen Treffer verdient. Es soll aber noch nicht sein. Offenbach spielt weiter munter nach vorne. Koezioglu versuchte gegen Suezin an den Ball zu kommen, verletzt sich bei dieser Hechtaktion schwer an der Schulter. Wir ersparen ihn an dieser Stelle die Bilder. Es folgt ein Notarzteinsatz. Das Spiel wird 30 bis 40 Minuten unterbrochen. Ersatztorwart Vollbrecht macht sich parallel warm. Währenddessen eine Diskussion der beiden Mannschaftsvertreter mit Christian Vogel. Und es kommt dabei raus, das Spiel wird nach rund 30 gespielten Minuten nicht mehr angepfiffen. Die TS Oberroden möchte aus psychologischen Gründen nicht mehr weiterspielen. Verständlicherweise, zumal die Partie eh schon entschieden war. Und so gibt es eine vorerst inoffizielle Siegerehrung, auch wenn es absolut zweitrangig erscheint. Die TS Oberroden wird zweiter. Die Offenbacher Kicker sind Hessen-Pokalsieger. Natürlich herzlichen Glückwunsch, aber vor allem gute Besserungen an Benan Koezioglu. ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank.